Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Living Puppets Herrn Waldmeister. Herr Waldmeister ist eine kleine Tierhandspielpuppe, sie ist 30 cm groß, ich habe ihn einmal nachgemessen. Ansonsten was es bei Herrn Waldmeister so für Details gibt, das möchte ich mir einmal mit dir im Detail anschauen. Schauen wir uns Herrn Waldmeister einmal im Detail an. Fangen wir als erstes vielleicht mal bei den Augen an. Die Augen sind asymmetrisch, also sie schauen nicht gerade aus. Das ist nicht nur bei dieser Handpuppe so, das ist mir auch bei der Herr Waldmeister Handpuppe aufgefallen, die wir auf der Arbeit besitzen. Dort sind die Augen zwar nicht genauso, aber sie sind halt in ähnlicher Weise asymmetrisch. Also im Prinzip müsste dein Herr Waldmeister, wenn du dir einen kaufen solltest, müsste er auch schielen. Gehen wir weiter zur Nase. Ich finde die Nase ist wirklich sehr schön. Es ist so eine kleine, ja, eiförmige Nase, die hier auf die Spitze des Mauls aufgenäht wurde. Ich zeige es auch noch mal von der anderen Seite. Also wirklich ganz schön gemacht, so wie ich finde. Wenn wir uns das Klappenmaul anschauen, dann sehen wir hier drin ist kein Rachen zu sehen, keine Zunge ist zu sehen. Also das ist wirklich nur ein roter Mund, was ich persönlich allerdings nicht weiter schlimm finde. Der Bauch, den der Herr Waldmeister hat, das ist dieser braun Ton, den man auch im Gesicht bzw. an den Händen und an den Füßen verwendet hat, finde ich ganz schön gemacht, weil ein echter Igel hat ja auch unten drunter keine Stacheln. Die Hände sind nicht bespielbar, sind aber ganz süß gearbeitet, also da sind bzw. die Pfoten, muss man ja sagen, bei einem Tier, sind auch nicht besonders ausgearbeitet, was ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm finde. Die Zehen bzw. die Füße an den Herrn Waldmeister hier unten sind etwas hervorgegeben dadurch, dass halt hier und hier noch mal zusammengenäht wurde und halt so eine Zehendarstellung, bitte korrigiert mich, ich kann es gerade nicht besser sagen, weil ich es nicht besser weiß leider, wie das bei Tieren genau heißt, ob es die Läufe sind oder so. Auf jeden Fall ist es hier etwas angedeutet, dass halt hier, sag ich mal, einzelne Gliedmaßen zu sehen sein sollen. Also hier unten hat er allerdings nur 3, hier sind es 1, 2, 3, 4 an beiden Händen jeweils. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm, es geht ja im Prinzip auch, sag ich mal, um das Gesicht, es geht um das Erscheinungsbild im Gesandten und von daher nicht weiter schlimm. Hier auf der Rückseite haben wir das Feld, das ist wirklich sehr schön gearbeitet, auch, es ist wieder toll vom Farbbild auch gewählt, es ist nicht so dunkel, es ist kein schlichtes Material, also eine Einheitsfarbe oder so, es ist, ja, wie soll ich es beschreiben, also weiß, grau, braun, das sind so die Farben, die hier verwendet wurden bei dem Flor, der ist 5 bis 8 cm ungefähr lang. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier hinten das Etikett ist, ähm, wen das stört, der kann das abmachen. Ähm, mich würde es wahrscheinlich aber auch stören, wenn es dann hier, äh, am Eingang mit vernäht werde, wäre, ähm, ja, der Eingang ist übrigens, äh, auf der Unterseite und, äh, die Hand, ähm, ja, geht dann in den Tunnel hinein und dann kann man auch in das Klappmaul, was für meine Hände gerade noch, äh, so eben passt. Also wer größere Hände hat, ähm, beziehungsweise richtig große Hände hat, für den ist diese Handpuppe wahrscheinlich nichts, aber da sage ich auch immer wieder, einfach mal ausprobieren. Also wenn du wirklich sehr große Hände haben solltest, probiere sie einfach mal aus, bestelle sie dir, wenn es nicht passt, schick sie zurück. Ich weiß es nicht gerade sehr ökologisch in der heutigen Zeit, aber, wenn du auch einen, äh, Handpuppenhändler vor Ort hast, dann, äh, empfiehlt es sich auch immer, die Sicht dorthin zu bestellen, sofern es dann geht, um die dort einfach mal auszuprobieren. Oder vielleicht hat sogar dein Handpuppenhändler vor Ort eine solche Handpuppe vorliegen. Ansonsten das Innenmaterial, was hier verwendet wurde, ist sehr schön weich, man spürt dort keinerlei Nähte, also der einzigste Naht, die hier ist, ist, ähm, die hier an der einen Seite und selbst die stört nicht. Dann können wir uns gleich nochmal anschauen, wo die Füße denn angenäht sind, denn die sind hier im Prinzip zwischen diesem Innenfutter und, ähm, ja, diesem, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Fell angenäht. Innen drinne fühlt sich das, äh, Klappmaul ganz gut an, also die Bespielbarkeit ist für mich noch in Ordnung, also ich komme in meinen Händen, ähm, gerade noch so rein. Allerdings finde ich, ähm, es ist schwierig, den Mund zu bewegen von dem Igel, weil, ähm, ich rutsche da immer so leicht raus. Aber ich denke, es ist einfach nicht machbar bei, bei, bei der Größe einerseits von meiner Hand, ähm, und, ähm, bei der Größe des Klappmauls, sage ich mal. Zum Abschluss ist zu sagen, neben der Körpergröße von 30 cm, äh, ist Herr Waldmeister momentan preislich für die gesenkte Mehrwertsteuer für 25,25 Euro direkt bei der Firma Living Puppets zu erstellen. Ja, ähm, ähm, ich finde ihn insgesamt, finde ich ihn sehr gut, äh, verarbeitet. Das ist eine süße Tierhandspielpuppe. Das einste Manko, was mich ein bisschen stört, ist, äh, wie ich es auch schon gesagt habe, äh, dass ich ein bisschen Probleme habe mit dem Klappmaul. Vielleicht ist es ja bei dir anders. Ich würde dir die Handpuppe trotzdem nahelegen, weil sie ist wirklich süß gearbeitet. Ähm, von den Augen her ist es halt auch, ähm, finde ich, wieder einmal süß gelungen. Ähm, ja, insgesamt wirklich eine tolle Handpuppe und für den Preis wirklich, also für den Preis ein fehlendes Produkt, würde ich sagen. Ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Ich würde mich über einen Kommentar freuen oder einen Daumen nach oben oder sogar beides, wenn du möchtest. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Bis dahin war's gut, alles Gute, dein Hannes.